Die Raffinerie erobert. Ihr werdet uns helfen, sie zurückzugewinnen. Wir müssen die Raffinerie erobern, sonst erlangt die VBA Kontrolle über die Ölpreise in der ganzen Region. Die VBA scheint einen Notfallplan gehabt zu haben und ist mit den Vorräten geflohen. Gute Spaß, Kompagnen. Ihr seid auf Position. Die Wahl sind auf Luftunterstützung. Die Zeit nähert sich. Wenn ihr sie verliebt, schlage ich noch einen Bonus drauf. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Die Liedergläht hier. Fein, Panzer. Die Liedergläht hier. Fein, Panzer. Die Liedergläht hier. Kompagnenfester. Fein, Spiegel. Die Liedergläht hier. Fein, Panzer. Die Liedergläht hier. Die Liedergläht hier. Fein, Panzer. Die Liedergläht hier. Fein, Panzer. Position bereit. Position bereit. Wir haben uns angekriegt! Wir haben unsere Kett getroffen! Kette funktioniert! Ausrücken! Kapitel! Halten! Kette! 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 Kalt ist der Schreck! Kalt! Kalt! Keine Durchbringung! Lagen, Treibspiegel! Kalt! Identifizieren! Kalt! Anze! Kalt, Kalt, Kalt! 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 Platel Ratschutze, Treibspiegel! Kielidentifizieren! Weint quite! Weißer! Feinlieger! Geladen sind zu der Treibspiegel! Geladen sind zu der Treibspiegel! Geladen sind zu der Hieb! Geladen sind zu der Treibspiegel! Geladen sind zu der Hieb! Polizisten bereit! Geladen sind zu der Hieb! 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 Wir sind in den Hohen vernichtet! Identifizieren! Feinlieger! Panzer! Geladen! Heith! Verrschungsverheb! 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 Weißer! Verrschungsverheb! Geladen sind zu der Hieb! Schuss, Treibstiegel. Position bereit. Nachgeladen, raus. Sie identifizieren. Fein, panze. Sie identifizieren. Fein, panze. Sie identifizieren. Sie identifizieren. Fein, panze. Schuss, Treibstiegel. Schuss, Treibstiegel. Schuss, Treibstiegel. Sie haben die Raffinerie wieder erobert. Viel Spaß mit eurem Sohn. Position bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020